Hallo Leute, wir sind bei Haribro, dem größten und frischesten Bäcker Deutschlands und drehen einer Zubifilm. Komm mit, wir schauen uns das mal genauer an. Hi, moin Kaspar. Wo befinden wir uns und was machst du hier eigentlich? Also wir sind hier in der Qualitätssicherung und ich als Fachkraft für Nismil-Technik stelle sicher, dass die Qualität in Ordnung ist. Dass die Produkte gut schmecken, gut riechen und dass die von außen und von ihnen gut aussehen. Und wie ist der Verdienst bei Haribro? Also wie für den hier übertariftlich, das heißt jedes Jahr immer mehr Cash. Außerdem kannst du hier echt gut aufsteigen zu Schichtführer, Verpackungsleiter, Bäckereileiter, vielleicht noch in die Qualitätssicherung. Zeit mir unbedingt mehr. Komm mit. Das ist die 22, hier produzieren wir 25.000 Brötchen in einer Stunde. Moin. Moin, moin. Was passiert hier denn? Wir sind hier im Leitstand, im Gehirn unserer Bäckerei. Hier können wir jeden einzelnen Prozessschritt sehen und falls eine Störung kommt, beheben. Wir backen nicht mehr wie 16088, Kollege. Jungs, lass mal hier drehen. Es ist ganz schön frisch hier. Ja, das ist auch unser Tiefkühlwerk. Wir rosten hier die Brötchen, verpacken die auch und letztendlich verschicken die an den Liebesnittel, Einzelhandel, Restaurants und Krankenhäuser. Weiter geht's? Weiter geht's. Ah, moin Papa. Hallo Katz, was macht ihr hier? Wir drehen einen Zubifilm heute. Super, viel Spaß, ich muss weiter. Okay, viel Spaß dann. Wie dein Vater arbeitet hier? Ja, der arbeitet seit über 10 Jahren hier schon. Mega. Hallo Rasmus. Was machst du hier und sag mal, in welchem Lehrjahr bist du überhaupt? Ich bin in meinem ersten Lehrjahr zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik und ich check hier gerade das Brot. Weiter geht's. Na, was geht ab? Was geht, Bro? Wir sind hier im Labor. Hier lehne ich viele meine gesunde Ernährung. Du weißt, ich bin Sportler. Da ist ja unsere Maschine. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kann ich hier richtig abschalten. Powerlifting ist genau mein Ding. Öffen, über 60 Meter Länge, gibt's einfach nur bei Hari. Kannst du mir sonst noch was über Hari erzählen? Ach so, über 10 Standorte deutscher Arbeit und echt ein stabiler Arbeitgeber, man. Kennst du schon die Hari-Mitarbeiter-App? Nein, seit mal her. Hier, darüber bleibe ich immer auf dem neuesten Stand. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ich schraube gerne an meinem Auto rum. Action, Kirli. Sowohl beim Auto als auch bei der Anlage musst du Öl nachfüllen. Das stimmt. Ist beides wichtig. Hier natürlich einerseits, damit alles Reimungslos funktioniert, beim Auto, damit kein Verschleißen steht. Das ist der Vorteil in der Schichtarbeit. Ich hab manchmal Vormittags frei. Sag mal, was ist eigentlich das Besondere bei Hari? Es ist sehr abwechslungsreich. Man durchläuft viele Abteilungen und allgemein hat man hier einfach viele Möglichkeiten. Was machst du privat, wenn du mal nicht Hari willst? Ich koche gerne. Ich bin ein Hobbykoch. Mal für Freunde, mal für Kollegen. Backen ist mein Job, aber Kochen ist mein Hobby. Das sieht aber lecker aus. Glaub mir, das wird noch besser schmecken. Aber habt ihr eigentlich schon Hunger? Hari im Dreibord. Frisch, innovativ und auf jeden Fall modern. Hoffentlich haben wir auch Ton drauf. Mann, ist hier was los. Sag mal, was ist eigentlich das Besondere hier? Zwei Wörter. Verantwortung übernehmen. Das ist genau mein Ding. Ohne mich würden sich die Produkte gar nicht erst laufen. Bewirb dich jetzt! Feierabend.